Nächste Station, Baden-Münde. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aufstellen. Wir danken uns für Ihre Fahrt mit DB-Regio. Auf Wiedersehen. So, wollen wir mal ein bisschen, mal gucken, wie es hier so ist. Weihnachtsmack etc. pp. Ja, da stimmt wieder das Riesenrad. Wir sind einfach auf dem Weg. Ab jetzt durch Warnemünde. Wir sind einfach auf dem Weg. Untertitelung. BR 2018 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 Alles klar. Ich bin wieder hier. Hier ist aber nicht mein Revier. Spaß. Ja genau. Ich möchte doch noch mal kurz einlenken. Herrlich. Ja. Wie gesagt. Da ich mich jetzt lang. In die Richtung. Da werde ich mich jetzt mal hinbegeben. Wie gesagt. Da lang. Was ich heute noch schaffen. Heute mit einem Abkurtzug hin auf Annemünde. Alles klar. In diesem Sinne. Leider geht's. In der Werhaus. Könnte mir auch gefallen. Mal so ein Wellness-Tag. In so einem Seebad. Warum nicht? Mal schauen. Wer weiß das schon. Mal gucken was noch gekommen ist. Aber heute bestimmt nicht mehr. Das schattet ich von der Zeit her nicht. Mal gucken. Vielleicht tauch ich hier nochmal auf. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen können wir mal ein paar Schnaht rein. und sie ist ja verständlich passt gerade bei mir und genau und einfach jetzt erst mal schelleck sein und halte Herr Lisch sehr schön Musik 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 So sieht's aus. Genau. Eigentlich wollte ich hier in Wandemünde nur in Anführungsstrich mal zum Weihnachtsmarkt mir das mal angucken. Aber der ist ja echt klein, aber fein. Ja, habe ich gedacht, ich gehe noch mal eine Strecke. Kennt ihr ja schon von anderen Videos von mir, aber nehme ich noch mal mit heute. Ich habe ja eh noch Zeit bis zu meiner Rückfahrt wieder. Und ja, genau. Hier seht ihr hier noch ein bisschen rum. Ja, just for fun. Genau. Ich bin hier noch ein bisschen rum und dann haue ich wieder ab. Wieder Richtung, da wo ich hergekommen bin. Und so weiter und so fort. Wir spielen da gleich nochmal. Musik 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 So, wir haben am Rückweg, machen gar nicht. Entlang sind wir noch Zeit. Wir mischen die Wand in den Eiern. Mal gucken, mal ein bisschen was ihr nach mir gesehen habt. Mal schauen, wie ich das noch schaffe. Und dann wieder Abfahrt. Musik So, weiter geht's. Musik 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 Ich bin noch ein bisschen rum gekommen, bin schon rumgetüttelt, jetzt gehe ich nochmal zum Riesenrad. Das ist ja eh Richtung Bahnhof. Und dann bin ich auch nochmal ab und gekommen und dann geht's doch wieder los. Ja, also... Mal ein bisschen weiterschauen. 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 Mal ein bisschen weiterschauen.